In Photoshop können wir bei kritischen Bildern mit Maskierungen Farben verändern und dazu helfen uns ein paar Techniken über die Kanalberechnung und über die Luminanz, also über die Helligkeit, um an diese Farben beziehungsweise an diese maskierten Bereiche heranzukommen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht und zwar möchte ich hier die gewickelten Weinblätter einfärben, ein bisschen grüner machen und das Problem ist an der Stelle, der Hintergrund ist in einer ähnlichen Farbe. Und wenn ich jetzt hier hingehen würde mit Korrekturen und Farbton-Sättigung und würde gerne diese Farbe hier verändern, genau diese hier, dann sieht man, dass ich auch den Hintergrund verändere und auch die Zitrone mit verändere und das will ich eigentlich an der Stelle nicht, sondern ich möchte nur diesen Farbbereich machen, auch wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, wir machen das in Grüntönen und würde das hier verändern, dann sieht man, dass da nicht richtig viel passiert. Von daher müssen wir das Ganze maskieren und danach verändern. Wie können wir das jetzt maskieren? Wir hatten ja mit den Auswahlwerkzeugen, hatten wir schon einige Möglichkeiten mit der Schnellauswahl, aber da passiert es natürlich schnell, dass diese roten Elemente auch mitkommen und um das dann halt herauszufiltern, können wir über Kanäle arbeiten. Wir haben hier Rot, Grün und Blau als Kanal. Die sind schon mal recht gut vom Kontrast her, gerade hier. Der Rotkanal hat eigentlich schon die Elemente, die ich brauche, nur hier hinten verschwimmt das so ein bisschen. Und da helfen uns die Kanalberechnungen, um schon mal ein ganz gutes Zwischenergebnis zu bekommen. Das heißt, ich suche mir hier den ersten Kanal aus, zum Beispiel ein Rotkanal und noch einen zweiten Kanal, Grün oder Blau und lasse die miteinander mischen. Zum Beispiel abdunkeln, hier mit Grün oder hier mit Rot. Ich möchte diesen Bereich hier haben. Mit Grün war das schon mal ganz gut. Nur hier die Mischung ist jetzt noch das Problem. Wir haben hier alles, was sich abdunkeln lässt, und hier alles, was sich aufhellen lässt. So in diese Richtung. Hier haben wir noch verschiedene Mischmodus, die zum Beispiel das Ganze ineinander kopieren. Da kommen wir schon ans Ziel relativ nah. Oder Lichtpunkte. Das passiert nicht so gut. Wir haben hier noch zwei Elemente, Addieren oder Subtrahieren, die man noch beeinflussen kann. Das heißt, wir können hier einen Versatz wählen. Dann sieht das jetzt recht schön, dass wir dann wirklich den Bereich treffen, den wir brauchen. Das ist schon mal ganz gut. Addieren mit Subtrahieren wird das nicht so funktionieren, wie ich möchte. Ich möchte halt diesen Bereich hier maskiert bekommen. So. Dann sage ich mal OK. Und habe jetzt einen neuen Kanal berechnet. Ein eigener Kanal. Jetzt lösche ich einfach die Elemente, die ich nicht brauche. Alles, was außerhalb dieses Bereiches ist, will ich nicht. So. Einmal umkehren. Mit Befehlstaste Shift und I. Löschen mit Weiß. Und den Rest mache ich hier mit dem Abwedler, die Lichter. Ein paar Mal drücken, dass wir einen schönen Übergang hier haben. Die Zitrone brauchen wir auch nicht an der Stelle. So. Und schon haben wir die Struktur schön maskiert. Und auch hier die rote Linie, die ist out. An der Stelle maskiert. Die können wir noch ein bisschen mehr maskieren. Mal sehen, mit dem Abwedler ist das schon ganz gut. Dann gehe ich nochmal mit der Tonwertkorrektur ran. Verdunkel das noch ein bisschen. So. Dass wir diese Bereiche hier auch alle mitnehmen. Dann müssen wir es nicht ganz so zumachen. Sonst wird es dann auch doch unnatürlich. Das kehre ich nochmal um. Dann sieht man schön die Maskierung. Jetzt gehe ich wieder auf den normalen Kanal. Gehe in Kanäle. Und lade den Kanal, indem ich auf die Befehlstaste drücke und draufklicke. Dann wird der Kanal geladen. Und nun gehe ich in Korrekturen. Und kann mit Farbton Sättigung oder Kanalmixer oder allen anderen Werkzeugen diese Farbigkeit nun ändern. Jetzt sieht man schön, dass ich nur diesen Bereich habe. Jetzt kann ich das ein bisschen grüner machen. Nicht zu stark. So. Ich habe das aber schön maskiert. Und hier sieht man auch, die rote Linie ist auch noch vorhanden. Vorher, nachher. Und auch hier im Hintergrund und auch hier die Spiegelung ist auch vorhanden. Also Sie sehen, mit zwei, drei Kanalberechnungen kann man da schnell ans Ziel kommen. Das gleiche haben wir ähnlich hier. Hier möchte ich, dass dieser Glanz auf dem Fleisch noch ein bisschen knuspriger wird. Und dazu gehe ich hin und maskiere das erstmal. Das mache ich ähnlich. Also auch Kanalberechnungen. Da funktioniert schon fast das, was wir gerade eben eingestellt haben. Mit dem Addieren. Vielleicht ist nur der Kanal der falsche Art. Grün, blau, besser. So. Das sieht schon ganz gut aus. Sage auch hier wieder OK. Und maskiere das wieder ganz grob. So. So. Mal umkehren. Löschen. Weiß. Der Rest mit der Tonwertkorrektur. So. Und damit wieder mit dem Abwedler das Ganze hier heller machen. Diese Bereiche wollen wir nicht unbedingt. Und dann auch einfach mal mit dem Pinsel. Kann man ja auch mal arbeiten. Und direkt Bereiche löschen. So. Und so. Und hier vielleicht noch einen weichen Übergang machen. Damit das dann ganz nicht so hart wirkt. gut. Okay. Dann gehe ich hin und dupliziere mir das Ganze. Mach daraus einen LRB-Kanal. und habe jetzt hier, wie man sieht, schön die Helligkeit A und B. Jetzt gehe ich hin und die Helligkeit, die hat genau diese Lichtpunkte, die ich haben möchte. Und das lasse ich nochmal richtig schön scharf zeichnen. Richtig kräftig. Und sage okay. Und dadurch, dass ich jetzt hier die Maske habe, muss ich einmal umkehren. Und die Punkte hier, die lösche ich auch noch. Die möchte ich auch nicht haben. So. Die möchte ich ja mit kopiert haben. Gehe ich hin und kopiere mit der Maske, die ich jetzt lade. Kopiere ich mir das Ganze. Und gehe wieder zurück ins andere Bild. Hier hin. Lade auch hier die Maske. So. Und füge das hier in die Maske hinein. Und jetzt sieht man, hier habe ich einen extra Kanal bekommen. Eine extra Ebene, die jetzt da drüber liegt. Die ist jetzt natürlich zwar weiß, aber man sieht hier schön diese Lichtpunkte, die jetzt viel stärker sind, viel kontrastreicher sind. Und das lasse ich hier mit dem Füllmodus drüber liegen. Jetzt schauen wir mal, was hier das Beste ist. Mit weichem Licht kommen wir schon nah ran. Lineares. Das ist schon zu hart. Mit Lichtpunkte sind wir schon gut dabei. Und dadurch, dass wir die Deckkraft dann noch ein bisschen ändern. Dann haben wir hier schön die Lichtpunkte noch mal kontrastreicher gemacht. Und das wirkt dann einfach ein bisschen glänzender. Ein bisschen extremer. Was dann im Kochbuch recht gut rüberkommt. Auch nochmal hier, vorher, nachher. Mit der Kanalberechnung, mit der Luminanz- und Helligkeitsberechnung kann man schon beeindruckende, feine Ergebnisse erzielen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.